So, hallo! The Wind Tunnels mit 50 Gegnern kommt jetzt um 20.05 Uhr morgens weil ich gerade keine Lust auf schlafen hab Ganz viele Health Packets Also zwei Auf jeden Fall bin ich wieder aufgefüllt Was will ich mehr? Ach du Strand, da sieht es wieder nach Falle aus Das sieht ganz deutlich nach Falle aus Was machen wir da? Erstmal ganz viel einsammeln Was haben wir denn jetzt bekommen? Auf jeden Fall schon mal geile Waffen Das kann man nicht anders sagen Ey, ich muss da echt in den Schlund des Teufels oder was auch immer das sein soll Ich hab keine Wahl Ich komm dann irgendwo Ach was, hier ist sogar Pflicht Achso, aber nicht, ich muss ganz normal springen Ach, ja toll Sag mir das so Das war total unfair Ich hab nicht damit gerechnet, dass es mich einfach hochzieht Das ist ja cool irgendwie Ich dachte ich brauch diesen Raketen-Jump Okay, dann speichern wir hier nochmal Und sind gewappnet, dass da oben gleich einer steht Welche Waffe Komm, ich muss mit der klappen Ich hasse diese Gegner einfach, die halten so viel aus Und sie kriegen mich einfach immer auf dem freischen Fuß Ich seh sie einfach nicht Meine Fresse Komm Wie stell ich mich hin? Wo komm ich denn raus? So, schnell weg Ich bin noch in Sicherheit Und ich hab diesen Bug wieder Ich dreh durch Sterbt alle, sterbt alles Dankeschön Wie viele wollt ihr denn noch sein? Habt ihr euch gesplittet oder was? Oh man, erstmal durchatmen Hab ich noch einen verfasst oder? Einer ist auch da runter gesprungen Aber der kann mich mal Was ist das denn für ein Level? Viel zu durcheinander Komm ich ja gar nicht drauf klar Ich hör schon wieder was grunzen Das Air-Tube ist Selid Was heißt Selid? Ähm, geschlossen denk ich mal Ja gut, dann muss ich hier durch Ist ja offensichtlich Soll ich doch erst hier im Wasser gucken? Ist doch bestimmt sinnvoll Sinnvoll Ja wunderbar, ich erinnere mich Das bringt mich vor diesem Symbol Ich wusste da eins rein Ich wusste es Kommt der echt nicht daraus? Iiii Das war ja, ähm, so gefällt mir das Sooo, da kann ich leben 5 von 50 fehlen dann noch 45 Zum Glück bin ich hier runter ey, das ist Ja gut, oder auch nicht Vielleicht muss ich da später nochmal hin Jetzt aber scheinbar noch nicht Glaube nicht Gehen wir einfach mal weiter Wo war's denn hier? Safe Und springen Wenn man nicht immer sofort erwartet werden würde Von diesen Typen Von irgendwelchen Typen in die oh wo��라ute Oh was habe ich denn Aus dem nicht Der war vor allem dann mal gezogen Weil man dachte Boah die werden jetzt ja so riesig, wenn sie sich vor allem aufbauen Das kommt einem so unwirklich vor Das rutscht mich mal schön Mann, man, schon wieder leer, die Waffe. Es regt mich so oft, dass die so schnell leer gehen, die geilen Waffen. Habe ich noch was? Ah, da ist sie wieder, aber die ist viel zu schnell weg. Jetzt nehme ich mal die, die ist cool. Safe. Und ich habe inzwischen 10 von 50, also ein fünftel des Levels schon durch. Und das sind gerade mal drei Minuten. Rechnen wir das hoch, 3 mal 5 sind 15. Also wäre es dann wieder eine gute Zeit, aber es ist halt auch Voraussetzung, dass ich hier weiterhin so gut durchkomme. Ob man das gut nennen mag. Und weil man das nicht wirklich kann, ist das schon eine gute Voraussetzung. Wenn man mal meine Gedankengänge erfolgen konnte. Das ist kein Bildfehler, das liegt am Spiel, glaube ich zumindest. Ja, die wollen mich aber verarschen hier. Verwirren. Weil es dann schwieriger wird. Boah, das integriert echt ein bisschen. So ganz leicht. So. Das ist das Schöne an dieser Waffe, man kann auch von ganz weitem schießen. Muss nicht nah ran. Was ist das wieder? Ah ja gut, ich muss hier runter. Oder auch nicht. Ich dachte, das wäre offensichtlich gewesen. Aber wohl doch nicht so ganz. Dum-di-dum. Hä? What the fuck? Ach so, einfach dran gehen, oder? Ja, ich bin total verwirrt. Absolut verwirrt. Vollkommen verwirrt. Die halten so viel aus, diese Typen. Das kriegt mich auf. Jedes Mal auf 9. Ich schieße und verbrauche Moni, wie immer. Aber kennt man ja. Jetzt bin ich im Abflussohr. Im Abwasserkanal. Oder was. Eisenstiefel an. Ist das hier der Anfang gewesen? Eigentlich. Doch, das ist der Anfang. Dann bin ich doch jetzt richtig. Ende der Verwirrung. Ey, wieso lebt er wieder? Wieso lasse ich mich immer erwischen? Der ist doch so vorhersehbar. Warum ist er trotzdem so schlecht? Ey, ich pippe wieder rein. Ich habe einen schon getötet. Ich weiß doch. Komm. Ich sterbe einfach. So, das hätte ich gern. Das brauche ich unbedingt. Ich seh grad, ich bin fast tot. Und dann muss ich hier weiter. Auf jeden Fall woanders speichern. Zwei Fünftel schon. Nicht wieder so erwartet werden, bitte. Nein. So, so klar. Auf engstem Raum mal wieder. Ganz hinbleiben. Und dann bin ich auch noch tot. Dann gehe ich eins zurück. Aber hier bin ich auch schon fast tot. Kacke. Warum habe ich das gemacht? Ist die Musik jetzt abgekackt? Oder was ist das? Hat eben mittendrin aufgehört. Kann sich keiner erzählen. Ich lasse ihn jetzt einfach mal leben. Und ich war ja schon hier. Musik läuft, oder? So. Probieren wir es mal. Nochmal. So, das wollen wir da oben machen. Genau, ich gerne mal hier runter. Da bin ich ein bisschen sicher. Düb-di-dü. Rücken wir eigentlich, wie das dann halt kann. Ah. Es wird immer schöner hier. Ich komme mir gar nicht durch. Jetzt gehe ich extra nah ran. Und dann haben sie mich trotzdem. Ich brauche mehr Heilung. Guck mir das. Fuck it. Das ist hier der Fakt, ja? Ja, gut. Ich kann nicht mehr vorbeilaufen. Ich bin sofort tot. Der hat mich sofort gefressen. Ähm. War am Anfang noch so ein Hellstick. Ich komme da gar nicht mehr hoch. Ey, leck mich. Ah, okay. Dann muss ich doch da hin. Ah. Das kann nicht wahr sein. Den Gegner habe ich dann so oft gehabt, aber ich bin so schlecht gegen ihn. So, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Na? Da sagst du nix. Jetzt bin ich wieder voll. Oh, jetzt habe ich auch eine realistische Chance. So, und zack. Und jetzt habe ich wieder zwei Fünste. Mann, bin ich langsam. Wo ist das Vieh? Wo ist das Vieh? Das ist ein altes Vieh. Wenn ich mal treffen würde, ich war auf 100 aufgestockt und habe trotzdem nicht geschafft hier. Hm. Was soll ich mal damit versuchen? Eigentlich eine schöne Waffe, aber die ist nicht mehr leer. Und dann... ...geht's auch nicht. Jetzt mache ich das selbst kaputt, oder? Aber zum Glück ist sie schon wieder leer. Ich bin eh fast tot. Ich gucke mich noch mal ein bisschen um. Vielleicht finde ich ja was Geiles. Oder ich komme gar nicht mehr hoch. Irgendwie komme ich nicht mehr hoch. Da werde ich wieder erwartet, damit ich gleich tot. Deswegen schwimme ich weiter. Gleich bin ich da sicher. Siegelt er ja. Uh, was ist das? Ach so. Ob das jetzt so... ...hilfreich ist? Ich tue einfach mal Sprech. So, gehen wir hier hoch. Jetzt habe ich wieder voll die falsche Waffe. Viel zu viele Leute hier. Wie soll ich denn da überhaupt eine Chance haben? Dann brauche ich nur alles kaputt machende Waffe. Vielleicht die hier. So, vielleicht klappt es hier so. So, nee, so nicht da. Da habe ich mich wieder selbst. Da steht sogar, you killed yourself. Ich bin noch nicht suizidgefährdet. Das will ich nicht auf mich sitzen lassen. Oh man. Kann ich das noch irgendwie retten? Dumptidum. Jetzt erst mal weg. Kann ich nirgendwo mehr hoch. Nur an dieser Stelle. Das wäre total fies. Dann wäre ich ziemlich am Arsch. Ist auch gut deutsch zu sagen. Ich bin gut. So. Ey, geil. Ich habe eine Rüstung angesammelt. Dann habe ich jetzt wieder eine Chance. Ich habe eigentlich am gerechnet schon, dass ich alles versaut hätte. Aber ich habe irgendwie wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Der Typ lebt nachher, aber zu dem bin ich nicht mehr runter jetzt. Oh, wo kommt der denn her jetzt? Aus dem Nichts? Wie soll ich sowas hassen? Muss ich hier springen oder? Jetzt weiß ich auch warum dieses Level-Wind-Tunnel fällt mir gerade nur so auf. Von da kam ich und da kann ich noch nicht rein. Gut, dann muss ich hier hoch, weil es da unten ja nichts mehr gibt. Total verwirrendes Level. Die Hälfte geschafft, 50 Prozent. 2,5. Wieso stirbst du nicht? Mann. Aber immerhin, das war mal ausnahmsweise nicht ganz so schlimm. Ach, jetzt weiß ich es. Ich bin da rein, da raus. Ja gut. Ich verstehe. Ey, die Rüstung hat eben Schaden genommen. Fick dich einfach. So, weiter. Hey, da war ich schon. Soll ich da runter? Einmal nur ein Auffang wecken. Wo kommt die denn immer wieder her? Ich hab die doch schon längst getötet. Hier war ich schon überall. Wo muss ich jetzt... Ach, jetzt ist das aufgegangen wahrscheinlich. Ich bin so verwirrt. Das ist so... Ah! Ey, das ist ja gemein, die haben das ganze Fall. Der ist tot. Zu viele, zu viele. Ey. Scheiße, 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 scheiße. Oh, gut. Oh, Mann. Mein Herz. Das will ich noch haben. Ey, wieso? Gib mir das, Mann. Ey, ich bin doch ins Dings reingesprungen. Ey, diese Scheiße fallen wollen wir jetzt alles weg. Warum könnte es nicht einfallen? Ich hab doch noch lange nicht alles voll, oder? Ja. Ja. Der... Der geht schon wieder. Der ist lang. 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 Mann, Mann, Mann. Das wird wieder die... Ja, genau. Das meinte ich. Ja, sagst du nichts. Autsch. Ich könnte mich so ärgern. Mach ich aber nicht. Dafür macht es viel Spaß grad. Ich wusste, ich konnte ja nicht eins lernen. Sooo... Ey, diese blöden Fall. so unnötig habe ich für alle Speiches was das Osten gekostet ich liebe diese Waffe einfach so genial so 35,50 erledig 100, 100, so sehe ich das gern und 144 Muni ich hasse dich, ich hasse dich zwei sogar mal wieder musste natürlich mal wieder passieren war das souverän? war das souverän, das war mehr als souverän das hat richtig gerade hat man irgendwie ein bisschen Skill gespürt mal wieder, also so ein bisschen nur und ich will nicht mehr treiben schon wieder so ein Viel von denen gibt es echt viele hier dabei sind die gar nicht mal stark nee, ich dachte schon, mir fehlt jetzt wieder Muni mir fehlt schon Muni, aber ich hab noch welche ich würde das beide gleichzeitig am besten kriegen dann muss ich nur halb so oft schießen haha, da fettst du weg so Speichern wir nochmal 42,8 Gegner oftmals ist es ja nicht mal die Gesundheit sondern einfach die Munition die mir fehlt jetzt können wir wieder ganz am Anfang hier wahrscheinlich hier wo jetzt können wir hier nämlich weiter dann geht es hier bestimmt zum Ziel und ich werde bestimmt erwartet von irgendwelchen nein, werde ich nicht viel weiß aber schon ich bin hier falsch ich muss wahrscheinlich beim Anfang wieder genau da war noch eine Röhre die ich mal nicht besucht hatte die im Health Packet weil ich jetzt gar nicht mehr brauche ja, jetzt sind sie wieder ey, die kommen immer neu her wenn man hier wieder herkommt total unfehlen so ja, da fehlt noch deswegen haben sie auch da so Packets hingelegt damit man das auch checkt dass man da noch nicht war noch sechs Gegner können es werden aber ganz kleiner Raum die will ich auf jeden Fall noch besiegen ich bin noch ein Mann falsche Waffe ja danke so mir fehlen ganz viele Secrets ich weiß aber ich seh grad im Moment nicht wie ich dann noch ein weiteres rankommen soll mit einem Raketensprung den will ich mal ausprobieren jetzt ich hab jetzt Zeit mir fehlen auch noch zwei Gegner merke ich mal so, wie ging das das geht überhaupt nicht hä? what the fuck wie ist das passiert okay ich wollte eigentlich hochspringen ey, jetzt bin ich wieder hier ja gut, dann kann ich, wenn ich will jetzt nach Secrets zu holen aber ich will irgendwie nicht ich hab jetzt genug geschafft zwei von vier Secrets was will ich mehr tatsächlich man sieht's hier geht's auf scheiße ich hab's nicht gesehen ich wollte eigentlich da hochspringen ok und hier hinten gibt's auch nix mehr dann speichere ich nochmal kurz und probiere jetzt mal das geht doch gar nicht oder kaum ne, ich kill mich nur selbst deswegen gehen wir jetzt hier durch und dann haben wir das vorletzte Level der vorletzten Episode auch schon geschafft und das sehr annehmbar und geht's auch weiter das ist die letzte Mission dieser Episode die mache ich dann aber später 73 Gegner jawoll Chambers of Torment Chambers waren glaube ich die Yetis oha da freue ich mich jetzt schon oh man mein Name ist Sam ciao ciao schon bis Cristo Holiday T fois 声 triste Nan ön UN history bec бу